Der Herrgott Der Herrgott Anstellen in Werner heute Nacht Der Petrus im Himmel Schaut rundher auf Wien Werner leut, werner freud Darüber dringt Ja, habt ihr das gesehen, liebe Freunde? Das gibt eine reiche Ernte Und wieder einen guten Wein dieses Jahr Willkommen in Grinzink Auf die Episode, auf die freue ich mich schon lange Denn nirgendwo ist Wien ursprünglicher und Uriger als hier, wo die Römer vor 2000 Jahren begonnen haben, den Weinbau zu kultivieren, zu Zeiten von Windobona. Und die Kultur und das Ganze hat sich hier erhalten. In der Talsohle des Kowenzl liegen die ältesten und bekanntesten Weinreben Grinzings. Die meisten Weingüter verfügen über eigene heurigen Lokale, in denen selbst hergestellter Wein, wie zum Beispiel der grüne Weltliner, Welch-Riesling oder Blau-Fränkischer ausgeschenkt werden. Der Ausdruck heuriger bezieht sich auf den heurigen Wein, also Wein aus diesem Jahrgang. Ursprünglich gehörte Grinzinger nicht zu Wien, sondern war nur ein kleines Weinbauerndorf außerhalb, in Hanglage. Daher auch der Name Grinzing von Gerinn. Damals 1417 haben zwölf Weinbauernfamilien die erste Dorfkirche errichtet, die Pfarrkirche Grinzing. Die ist immer wieder zerstört worden, sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Türkenbelagerung. Danach ist sie auch noch einmal abgebrannt. Aber man hat sie immer wieder aufgerichtet. Im Inneren der Kirche ist eine außergewöhnliche Besonderheit. Eine uralte Orgel, auf der schon Ludwig van Beethoven und Franz Schubert gespielt hat. Mit der Zeit ist das gute Stück aber immer mehr verfallen und niemand hat sich ein Herz genommen, sie zu pflegen. So dass man Mitte der 80er und 90er Jahre ein elektronisches Keyboard aufgestellt hat, um die Heilige Messe zu lesen. 1997 hat man sich dabei ein Herz genommen und das alte Stück renoviert. Jetzt erklingt sie wieder im originalen Klang zur Heiligen Messe in der Grinzinger Pfarrkirche. Früher war die Arbeit der Weinbauern in den steilen Hängen überaus kräftezehrend und eine gute Ernte war keineswegs gewiss. Schlechtes Wetter, Naturkatastrophen oder Schädlingsbefall konnten über Nacht die harte Arbeit und das Einkommen eines gesamten Jahres zunichte machen. Durch die Abhängigkeit von der Natur waren die Menschen dieser Tage gläubig und gottesfürchtig. Ein grüner Buschen vor der Eingangstür bedeutet, dass die es ist ausgesteckt. Ergo der Weinausschank hat begonnen. Einst waren die Heurigen der Ort, wo man Wein direkt beim Bauern getrunken hat. Speisen gab es keine, die mussten mitgebracht werden. Mittlerweile haben sich die Heurigen zu Gaststätten gewandelt. Nichts gibt tieferen Einblick in die Seele der Wiener als die alten Wiener Lieder. Das Wiener Lied ist manchmal lustig, meist aber sehr melancholisch und dreht sich um die wichtigen Themen, die den Menschen so beschäftigen. Die Lieder besingen die Liebe, den Tod und vor allem den Wein. Beim Heurigen wird der Gesang traditionell von den Schrammeln begleitet. In der ursprünglichen Form waren die Schrammeln ein Quartett mit zwei Geigen, einer Harmonika und einer Klarinette, dem sogenannten Pixiessen-Hölzl. Heute sind es zumeist nur zwei Musiker, einer mit einer Harmonika, der andere mit einer zweihälsigen Kontragitarre. Aber nicht nur für Alkoholiker und Touristen ist Grinzing ein Fixpunkt bei jedem Wien-Besuch. Auch Staatsgäste, Päpste, Künstler und gegrönte Häupter gaben und geben sich bei den abendlichen heurigen Besuchen im ehemaligen Weinbauerndorf die Klinke in die Hand. Bill Clinton, Putin, Papst Franziskus, Pavarotti und sogar der japanische Kaiser Akihito waren so begeistert von der Grinzinger Gastfreundschaft und von den edlen Tropfen, die es hier gibt, sodass sie sich den Wein fässerweise mit nach Hause nahmen. Man redet sich heiß und spricht sich von der Seele, was einem die Laune vergeht. Bei Korn und bei Bier findet mancher die Lösung für alle Probleme der Welt. Wer Hunger hat, der bestellt Würstchen mit Kraut, weil es andere Speisen nicht gibt. Die Rechnung, die steht auf dem Wirt, der geht drauf, doch beim Wirt hier hat jeder Kredit. Mit keinem anderen Namen ist Grinzing so verbunden als mit dem von Peter Alexander. Ich war immer ein großer Bemunderer von dem Allround-Talent, dessen Karriere über ein halbes Jahrhundert andauerte. Auch hat er sich immer wieder neu erfunden, in den 50er Jahren noch als Operettensänger und enger Freund von Robert Stolz. Und schließlich in den 80er Jahren erobertet er auch noch die Herzen der Fernsehzuschauer. In aufwendig produzierten Shows im Stil eines Frank Sinatras zeigte er dem deutschsprachigen Publikum etwas, was zuvor hierzulanden nicht üblich war. Interessante Bühnenshows mit witzigen Sketchen gewürzt, in denen er sein komodiantisches Talent zum Ausdruck brachte. Aber auch privat war er ein sehr lustiger und bescheidener Mensch. Meine Tante hat es mir mal ermöglicht, ihn Backstage zu besuchen. Und dort habe ich dann ihn und dem späten Freddy Queen mit ihren eigenen Witzen unterhalten. Ja, aber die tausenden Touristen und natürlich auch die Einheimischen, die kommen nicht nur der alten Gebäude und der schönen Plätze wegen. Nein, nein, da gibt es einen ganz anderen Grund, warum die Leute nach Grinzin kommen. Und das ist der Heurigen. Und natürlich auch der Wein. Und so wie es im alten Wiener Lied heißt, ich röre ein Wein schon kilometerweit, glaube ich, sollten wir uns das auch einmal anschauen. Die kleine Kneipe in unserer Straße Da, wo das Leben noch lebenswert ist Dort in der Kneipe in unserer Straße Den guten Dorf drungen, der mit Nummer 2 Der treffende Staste, der hat gehört, der Papa Der treffende Staste und der語one Und in einem Zimmer ist ein krasser Land Oder den Schlüssel dazu hat, die Mama Drum hat uns das ganze Yeausgutig alles gfehl Und um das zu verputzen, waren wir auf der Hölle. Wenn vom Oberbett gerät wird, Güss, dass ich schwitze wieder. Ja, da gerät man gerade. Weil unser Futter wurde aus hier unter seinem Fabrikant. Ja, unser Futter wurde aus hier unter seinem Fabrikant. Mein Bruder und ich waren zwei hart schlechte Blumen. Wir haben niemals ein Spaß und ein Gaudi vor Turm. Schon der Lehrer hat gesagt, in euch zwei ist ein Kreuz. Aus zwei solche Eseln wird niemals was gescheit. Das hat er ganz groß auf die Tofel draufgeschrieben. Und dass er nicht mehr müde ist, so sagen wir es heute nicht. Gehend haben wir nichts, vor stets arrogant. Unser Futter wurde aus hier unter seinem Fabrikant. 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 So, jetzt gehen wir zur legendären Linie 38. Viel und oft besungen, die bringt uns wieder nach Hause. Früher war ja dort das Kaffeehaus zur Linie 38, das im Krieg noch das Kaffeehaus zur schweren Stunde hieß, weil in den letzten Kriegstagen eine Bombe eingeschlagen hat. Später hat man es dann abgerissen und einen Würstelstamm draus gemacht. Aber den gibt es heute auch nicht mehr. Was ist denn heute noch los? Was ist denn heute noch geschehen? Heute seien es so übel fühlt, die Opfer dreist geflogen. Der schafft mir den E-Frag, der schwitzt vor lauter Blach und sagt mir gleich den Grund für diesen Feiertag. Heute kommen Dengel noch Urlaub nach Bern, denn dort, was Zostrum kommt, wäre eine Stadt gern. Hören dann die Schammeln und singen dazu, die Leute beim Weindel, die kriegen gar nicht genug. Hören Sie bitte? Liebe kleine Schaffnerin, kling, 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 sag, wo fährt dein Wagen hin, kling, kling, kling. Liebe kleine Schaffnerin, gern bleib ich im Wagen drin und ich küsse dann der Galant eine kleine entzückende, kleine berückende Fahrkarten zwickende Hand. Und ich küsse dann der Galant eine kleine entzückende, kleine berückende Fahrkarten zwickende Hand. Endstation! VW, Endstation. Aussteigen bitte, aussteigen bitte, wir sind bei der Endstation. Doch ich bleib sitzen und nehm die zwanzigste Vorquartier mir heute schon. Liebe kleine Schaffnerin, kling, kling, kling. Nur schön langsam voran, dass kein Unglück schickt. Halt mir uns ein bissl an, es ist ein wenig ein Übergewicht. Gott sei Dank wachsend warm, dass man rasten kann. Doch dazwischen so große Abstehen sein. Eine Idee, eine Idee hätte ich, meiner See. Baut's von Grinzi bis zu mir daheim, erlangst du neu. Und das Polster ist recht weich mit Matratzen aus. Nachher komme ich bestimmt mit kein Tübitz aus. Ja, ich marschiere mit meinem Dulli-Dulli. In der Nacht durch die Grünzingerallee. Und der Mond leuchtet liebevoll mir heim. Der dumme Arme, vor Glück an jedem Paar. Und jetzt weiß ich ja schon langsam, warum. Dass ich nur wie eine Stecken weiterkomme. Weil ich allebei in seine Bändinen gehe. Bitte. Der der Hobel, mein Dulli-Dulli. Petrus, holt mir die Damm, bitte. Ist ja so gut. Dass mein Alter daheim nur fürs Schlafen tut. Sonst empfangt sie mich gleich mit dem Wasser voll. Ja, und wo warst du, du sagst mir, ein alter Prinz gehen rein. Oh, mein Alter. Na, die legt mir eine Predigt hin. Dass ich gleich auf 14 Tage erledigt bin.